Damals dachte ich, bei Resident Evil geht es darum, dass der Präsident böse ist. Wir haben Zeit für die Welt! Äh, irgendwie sieht das aus wie eine Pizza an meinem Gesicht. Das sieht aus wie meine Pizza an dem Gesicht. Methadone-Nahana? Was ist das denn für den? Oh, oh mein Gott! Das soll probably go to New York schauen jetzt. Aber was spielen wir jetzt? Das ist die Frage hier. Passen Sie die Werte an, bis das Muster gerade so sichtbar ist. Seht ihr was? Wir spielen auf Standdruck, ja? Ist das Real-Life-Aufnahmen? Yo! Ich hab das Gefühl, man sollte die hören können. Moment! Die sollte man hören, ne? Ja! Nice crack! Ist das kein Crack? Ich hatte das über Steam gestartet, Alter! Mein Sound ist abgefuckt scheinbar, hm? Und jetzt? Die Epidemie verbreitet sich. Steine Anzeile. Andere Krankheit in der jüngsten Geschichte. Gehen Sie von Auseinander! Wütende Mobs ziehen durch die Stadt, legen Fremde. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit einem Gebäudebrand. Er wurde niedergeschlagen! Schwerer ist tot! Über dem ganzen Gericht! Wir machen auf nach einem Hauptwochenende voll mit Alkohol. Jüge, ist das mein Zimmer? Wie alt bin ich doch mal? Kann ich über die Geiern? Sie ist illegal. Oh, sie wird Polizistin werden scheinbar. Oh nein, das Blut! Oh, das Auge fällt gleich raus, oder? Ey, Jüge, keine Sorge, sie sieht immer noch hot aus, ja? Ja, kann man immer noch. Oh, ah! Nicht so gut, ja? Du hast noch ein bisschen zu viel Drugs genommen wahrscheinlich. Mal ein kurzes Erlebnis, würde ich sagen. 20.07 Uhr, Anruf. Ich weiß nicht. Mich ruft niemand an, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, wer dich anrufen sollte. Hallo? Jill, bist du okay? Brad, ist das du? Hör, du musst raus! Was bist du? Ich habe nicht Zeit, um es zu erklären. Du musst raus! Jetzt raus! Okay, lass mich holen. Ah! Oh! What the fuck! Hey, was geht, Bruder? Kennen wir uns? Du musst wahrscheinlich die Tür verwechselt haben. Holy shit, Jill! Du bist extrem... Warum bist du eigentlich erst um 20.07 aufgestanden, wenn ich drüber nachdenke? Was ist das für abgefuckte Schlafen? Okay, los geht's! Ist das die Ex? Ist das die Ex? Ich hoffe nicht. Ich hätte mit dem wahrscheinlich nicht Schluss gemacht. Oh! Was hab ich erwartet? Oh mein Gott, der Anfang ist ja bis jetzt amazing. Ich weiß nicht mal, wer gewinnt. Gewinnt Claire, Ada oder gewinnt Jill. Fuck, das ist so eng gerade. So eng wie ihre Hose. Ja, shit ist auch die Munition, die hast. Oh fuck! Das ist der Helikopter, der uns retten soll. Und das ist er jetzt. Und er hier ist dafür verantwortlich. Oh nein! Okay. Hey Bruder, hast du noch Lust rauszugehen? Das ist jetzt mein Auto, ja? Mach's gut. Jawoll! Nein! Nein! Oh oh! Wait, das wird das ganze Spiel so aussehen, dass er mich verfolgt. Wow! Carlos! Dabei steht er auf einem Auto drauf! Ich glaube, das ist der richtige Moment, um zu sagen, dass er genauso aussieht wie ich, ja? Was er sonst auch immer sagt. Echt? Der sieht genauso aus wie ich, wenn ich leckere Haare habe, ja? Nee? Pfff, erst klar. Oh Leute, raus geht's, ja? Wollt ihr wissen, wie das Nightlife aussieht von diesem wundervollen Spiel, ja? Was machen die Leute so in der Nacht? Party? Drugs? Sehr cool bisher ist das Nightlife. Der ballert offensichtlich, ja? Der kommt gerade vom Club. 3 Uhr morgens. Weiß nicht mehr, wo er wohnt. Hey Jill, keine Sorge. Ja, ich hab dich. Glaub mir. Vertraue mir. Ich bin ein sehr guter Spieler, ja? Ah! Oh fuck! Ah, das ist schön ruhig. Gefällt mir. Da werde ich auch nicht, äh, auch einen Unfug hier dem Landratsamt melden. Ne, ich war auch mal jugendlich und hab Laute von mir gegeben. Und andere gestört. Kawaii! Und rein mit dem Rubin. Ich hatte mit was anderem gerechnet, als mit der Handgranade. Oh mein Gott, ne? Vier horny dudes, die einfach nur an mich ran wollen. Und ich wissen, was sie gleich noch weiteres Hottes entgegennehmen werden. Wunderschön. 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 Oh der! Mr. Russia weiß, wovon er redet, ja? Internes Unterwerk-Memo. Jetzt, okay. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, dass wir nicht verteilen dürfen, äh, verlieren dürfen. Behalten sie also, also in der Schalte, äh, Schatulle, wenn sie es nicht brauchen. Das ist die Schatulle, ne? Ich könnte schon mal hier gerade wie ein Atmen hören. Aber das kann ja nicht sein, weil er ist tot, ne? Ah! Ne? Sehr funny von euch Entwicklern. Alter, wir sind ja richtig, äh, richtig ausgefuchsen, wenn wir sowas beherrschen. Oh! What the fuck ist das jetzt? Oh! What the hell? Wolltet ihr schauen, wie gut ich deepfroaten kann, nehme ich an? Ich bin der einzige, der das minimal erregt hat, als mir dieses Spinnmonster das Ding in den Rache reingeschoben hat. Ich wüsste doch nicht, was damit falsch ist, wenn ich ehrlich bin, ja? Geht's hier überhaupt lang? Ist das der richtige Weg? Oh shit! Ah! Das sieht mir aus wie der Halbweg. Okay. Alles, was bleibt, ist der Hauptkraftwechsel. Exakt. Und was kann schon passieren, wenn du das Ding hier insane beleuchtest und es plötzlich anfängt wie eine Blume zu leben? Oh! Okay! Nice! Ich muss sagen, es war ziemlich ruhig in letzter Zeit, was der Nemesis angeht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber der Nemesis hat mir, hat mir so eine Faust, hat mir so eine Fist Shrine nicht mehr geschenkt. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, wie ruhig plötzlich alles ist. Was Miserables in einer Zombie-Amp-Kalypse. Oh mein Gott! Oh shit! Oh! 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 Er rennt! Er rennt! Er rennt! Ah! Nein! Nicht meine Leiter! Nicht meine Leiter! Nicht meine Leiter! Nicht meine Leiter! Oh! Oh, du Pisser. Wow. Wait, ich muss, ich muss da rüber. Oh, du Pisser. Wenn ich schneller als er renne, dann übernehme ich vielleicht. Okay. Der kämpft mit der vereilten Kraft aller Leute, die jemals keinen Trinkgeld von mir bekommen haben, als wir per Lieferant etwas geliefert haben. Wann habe ich das mal gespeichert? Hallo, Spiel, please. Ist das hier die gute Timeline? Er hat einen Plan, pass auf. Ich werde es einfach auf seinen Rücken schießen. Oh, oh shit. Oh mein Gott, das war Schaden. Wow. Nein. Du hast gerade nicht, du wachstest dich, den Weg auszuweichen. Ich habe einen Plan, ja. Ich werde gleich das hier anmachen, dann bin ich gestartet, ich laufe außen rum und dann boom. Okay, das hat ich geklappt. Oh, fuck, 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 fuck. Nein. Oh, shit, der will ja auch nicht so lieb. Oh, er ist wütend, er ist richtig wütend. Oh, habe ich ihn? Woo. Fast, schweiß. Und das ohne mit dem Wimper zum Zucken. Ah. Oh, wo bin ich jetzt? Oh, bin ich hier nicht mit? Ada runtergelaufen? Doch. Ich erinnere mich. In Red Evil 2 sind wir hier mit Ada runtergelaufen, ne? In den Kanal rein. Und Ada hat die ganze Zeit auf dem Boden nach irgendwas gesucht. Aber er ist nicht gefunden. Ich muss sagen, das Spiel ist sehr viel ruhiger als das andere. Okay. Was ist das? Das ist eine Gitarre oder was? Ach, ein Raketenwerfer. Gar kein Ding. Ein Laserstrahl. What? Okay. Go, 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 go. Chill. Go. Oh, wow, wow, wow. Das Ding bewegt sich. Stell dir vor, Zombie-Evorkalypse und ihr sterbt, weil ein riesiges Gesicht aus Fallout auf euch zurollt und euch überwollt. Rein da, bleib dich. Yo, Carlos. Was geht ab, Bruder? Go, go. Sehr schön, Carlos, ja? Come on, come get him out of us. Das machst du gut. Oh. Sehr gut. Was für ein entspannter Tag. Zurück von der Arbeit, ja? Jetzt setzen wir uns in unsere U-Bahn und fahren erstmal Richtung nach Hause. Angefressen. Meine Leber blutet ein bisschen raus, aber sonst sah alles gut. Nice. Der wird den so schnell erschießen, man. So schnell. Der wartet uns auch auf. Der rennt gerade. Der rennt weg, der rennt weg. Oh, oh. Ich wusste es. Du netter Mensch. Nein. Boah, Jürgen, gib ihm. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Schade. Schade um ihn. Er war ein cooler Typ, ja? Aber der andere. Ich will ihn erschießen, ja? Ich hätte dafür sorgen, dass der... Der kann ruhig Nemesis bei sich hinten drin fühlen. Kein Problem mit. Ganz ehrlich, wie würdet ihr... Wie würdet ihr ranken, ja? Claire, Ada, Jill. Claire, Platz 3. Und Jill, Jill, Platz 1. Ada, Platz 2. Die ist nicht minderjährig. Oh. Ich glaube, ich habe einen Anfall. Ab ins Wasser mit dir, Bruder, ja? Ich habe noch nie... Das kann ich gar nicht... Oh, oh. Ja, bleib doch am besten drauf stehen. Kein Problem. Renn, Jill. Renn auf mein Ass. Muss ich jetzt fighten? Ne, oder? Na. Haben wir schon gedacht. Alles gut. Die Kreatur besiegen. Nichts einfacher als das. Renn wir ganz hier ran. Ja, lass ich die stören. Okay, danke sehr. Cool, alles klar. Ähm, hab ich hier... Ah, mit Haars voll. Nice. Ähm, okay. Und drehen. Ah! Oh, shit. Oh, oh. Alter, was zur ne? Was ist gerade? Der hat sich einfach... Der hat mich weggesnackt. Oh, shit, ist das schnell. Ist das so? Ich bin seit ich... Cool, wenn's weitergehen würde. Alter, ich glaub... Okay. Was ich auch immer gerade mache. Es kommt nicht... Es ist nicht gut. Es bringt nichts. Geil. Was ist das denn? Ist der ein Style oder was? Er style ich halt auf mich. Was ist das? Sie können die Online-Funktion... Sie können die Online-Funktionalität nicht nutzen, da ihr E-Fan-Card-Card nicht verbunden ist oder sie nicht mit einem Draht aus... Hä? Ist das Windows? Habe ich kein Internet mehr? What? Äh, Intermission, ja. Nee. Das Ding steckt. Das Ding steckt. Was ist das? Ist das ein Joke? Ah, ist gut. Ich bin nur für Angst gesorgt. Ja, ein bisschen dramatisch gesteilt. Aber eigentlich... Ist das hier überhaupt keine stressige Situation für mich? Ich schwörs. Oh, du Pisser. Noch eine Militkrinate. Wenn das hier der letzte Versuch ist, ja? Wenn das der letzte Versuch ist... Dann go. Ey, was ist das tun? Shotgun und go. Woo! Yes! Der first try des fourth tries. Meine Damen und Herren. Man kann sagen, es war alles mit dem Messer gemacht. Okay, man kann sagen... Der ist halt immer noch nicht tot. Safe. Oh mein Gott! Das ist schneller als ich je nachdach. Oh, er hat einfach... Oh, what? Wait, stimmt Jill? Residual 3? I don't feel so good. Oh, very funny. Entwickler. What's going on? Jill's been infected. I... I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bart can save her. Jill, schatze. Ich hab die. Ich hab die. Oh, bist du schon da? Das ging schnell. Nicht schlecht. Jill, rede mit mir. Oh, ich... Kann ich hier auch einfach die Granate hinten reinschieben? Ja, wie es scheint, enjoyed hier gerade in Resident Evil 3. Freue mich zu sehen, man. Oh, shit, Alter. Hab ich gerade einfach den Jumpscare geskript? Oh, guck mal. Das Ding leuchtet mich schon in lila an. Perfekt. Komm ich hier lebend raus? Ja, wahrscheinlich, ne? Mit Sicherheit. Oh, oh. Ah! Oh, oh. Pflanze rechts. Schon mal kein gutes Zeichen. Oh, du Pisser! Ich dachte, er klappt. Ich dachte, er macht's. Wo ist der Ausweg? Oh, ich hab vergesst, dass Jill auch hier ist. Ups. Jill beschützen. Oh, wow. Okay, alles klar. Sie hat drei Fairs. Oh, shit. Sie hat mich abgeleckt. Oh, nein. Was hab ich getan? Verdammt. Good morning, Sunshine, ja? Jetzt erst mal den Kaffee. Sehr schön. Chaos hat mir nur ein Munition übrig gelassen. Weiß ich nicht so schätzen. Eine kurze Erläuterung. Wir treffen auf einen Kollegen. Von ihm hier. Netter Mann. Nicht ganz nett ist die Nachricht, die er uns übergibt. Wir müssen einen Impfstoff finden. Sonst geht die Welt unter. Beziehungsweise die Stadt. Und dann sehen wir ihren sweeten Essig mehr. Also müssen wir uns beeilen. Aber scheinbar ist das Labor ganz in der Nähe. Und da ich damals nicht in der Chemie gut war, habe ich Zugriff zum Labor bekommen. Was ziemlich nice ist. Also gehen wir zu zweit hin. Weil was kann schon Schlimmes passieren, wenn wir zu zweit sind? Richtig? Ey, wo haben wir gerade noch löchert? Und nochmal noch löchert. Yes. Guck mal. Offensichtlich ein Blechtor, ja? Mein Boy Nemesis ist zurück. Ja, ohne Scheiß, ne? Back from the underground, back from all. Mit der letzten Kraft. Schlepp ich sie die Treppe hoch. Nur am Ende wahrscheinlich nichts zu bekommen. Ich muss jetzt das Vaxin selbst machen? Ist das nicht auswendig, ich hier bin oder was? Yes. Seht ihr das, Chad? Seht ihr das? Ja. Und das ohne auch nur Schaden zu nehmen. Mann, das ist bis jetzt ja echt angenehm verlaufen, ja? Danke für die ganze Munition. Ich weiß gar nicht, was damit anfangen soll. Jetzt muss ich doch dem Gersamen schon ausweichen. Wer mir rein? Oh, oh mein Gott. Die wissen aber, wie viel Munition ich habe. So, es ist nicht möglich für mich. Okay. Wir haben den Impfstoff. Ich habe zwar keine Munition mehr. Aber wir haben zwei Granaten. Und es sind nur zwei Monster vor mir. Ich meine, was kann schon... Junge, der kann mich ja immer noch punchen, ne? Ist das dumm oder ist das fucking dumm? Okay. Wie viel kommt noch? Der auch noch? Der auch noch? Wie sieht die Sache aus, ne? Oh mein Gott, Alter. Okay, lass mal kurz knifeen. Oh, go, go, go. Go, 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 go. Oh mein Gott. Es hat geklappt. Holy fucking shit. Leute, ist das möglich? Ist das die... Ist das die Möglichkeit, habe ich gefragt. So. Okay. Ich muss das Ding scheinbar dosieren. Ist das gut? Das muss alles in grünen Bereich wahrscheinlich, ne? Pass auf. Easy. High. Jetzt low. Jetzt nochmal mid. Nochmal high. Jetzt mit. Mid. Low. Mid. High. Dann nochmal ein bisschen mid. Ein bisschen high. Oh. Brutforst, meine Damen und Herren. Ja? Und jetzt war es der Plan. Die werden mir noch mit Sicherheit für alles, was ich habe. Ultra-Fumulition. Aus der Anlage fliehen. Wo bin ich überhaupt? Jill. Selbst mit so viel Verletzung immer noch klasse Aussicht. Also, wirst du mich verarschen? Ich habe sechs Schuss. Und das ist alles für die Waffe. Ein Schuss da. Sehr guter Boss. Warte, ja? Kannst du mal warten, den zu neufeln. Hey, willkommen zurück. Wie ich sehe, bist du sehr euphorisch, ja? Mich wiederzusehen. Das freut mich. Sehr cool. Oh, das ging gift. Nicola, ich bin nicht. Die Stadt braucht diese Vakzine. Mehr als ich. Also, wir machen einen Deal. Du gehst da hin, betalst die Nemesis. Wenn du mir Waffen gibst und Munition, du Opfer, dann mache ich es, ja? Oh mein Gott. Hey, was geht, Nemesis? Äh, ja. Hast du auch nur einen Schuss? Sehr cool. Ja, geht mir auch so. Was heißt das? Oh, ich muss ihn jetzt... Oh, natürlich. Die Lottozahn. Fünf, oder? Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Oh, ist das Schöpf, kann das sein? Oh, er ist... Oh. Jemand hat im Granzen ihr Spielzeug weggenommen. Und er will es an mir rauslassen. Wait, what? Danke, ich sehe es. Wait, was? Gib me. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Oh. Schieß einfach, drück einfach ab. Drück ab. Drück ab. Drück ab. No, 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 no. You drink money. I like that. We shall make ours an ongoing range. Now drop the gun. Okay. Das war... No? Was ist passiert? Oh, wow. Nemesis ist einfach zu einem großen Stück Scheiße geworden, scheinbar. Nice. Der sieht beeindruckend aus. Oh, die Shit, Mann. Die Kreaturen besiegen, klar. Mit was? Okay, 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 okay. Alles klar, ich nehme mal einfach auf den Kopf zu ziehen, ne? Nein, scheinbar nicht. Und zwar muss ich auf die Dinger, die da oben sind, schießen, ne? Oder? Vielleicht? Auf die Hände. Oh, die Hände. Ja, 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 ja. Okay. Sehr hoffnungsvolle Worte. Danke, Jill. Ich will wissen, wie viel... Wenn ich weiß, ob ich irgendwas habe, das allgemein schade anrichtet. Okay. Was ist das? Wait, warte. What the fuck ist das? Yo. Okay. Okay, ich sehe schon. Das hier leuchtet rot. Oh. Ich verstehe. Oh. Das ist ein Assozi, was mich punchst, während ich mich umdringen will. Fuck. Das kann mich nicht instant killen, oder? Es geht sehr, es geht sehr wohl. Ich werde nicht anschießen. Ich habe das Gefühl, es bringt nichts. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Rede bitte mehr. Let's go. Gib ihm. Brrrr. Brrrr. Wow. Wow, schaut euch unseren Look an, Alter. Oh nein. Nein. Der Lappen wurde erschossen. Ich glaube es nicht. Oh. Nikolai. Du Stück Scheiße, Alter. Mit deinen hässlichen, weißen Haaren. Yo, gib ihm, Carlos. Punch ihn. Der geht richtig ab. Ja, gib ihm. Ja, ich schaff das schon. Boah, Junge. Gib ihm. Ja, am Arsch, Alter. Küsst den Boden, Bitch. Du bist ein Pferd. Du bist ein Pferd. Glauben wir überhaupt Carlos erschießen? Ich würde es gerne wissen. Hier ist es. Oh, wow. Wait, what? Nicht im Ernst, oder? Die Schockwelt. Carlos weiß selbst, wenn man so einen Helikopter noch mal in Berlin rausbekommt. Gute Arbeit, gute Arbeit. Wow. Leute, das war echt gut, Mann. Das war echt gut. Er hat mich gefragt, wie sehr wird es sich lohnen, 60 Euro auszugeben für das hier, weil es so kurz ist, ja. Weil ich die Charakter nicht so ganz cool finde. Aber das war nice. Jill, absolutes Top Girl. Carlos, auch nicht bad, ja. Auch nicht bad. Ist eigentlich nur ein letzter Typ, ja. Der will nicht mehr, außer Jill's Ass, ja. Wem kann es verübeln? Ich sag 8 von 10. Auch dieses Video wurde nicht von mir gemacht, sondern von Kirai69. Das ist dieser Mensch hier. Der einzige Mensch, den ich kenne, der noch ein Bildschirm benutzt im Jahre 2020. Und dann sowas auf die Reihe bekommt. In 16 Stunden Arbeit, hab ich mir sagen lassen, was ein Zähnes. Vielen Dank, Kirai. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wann hätte ich das Video fertig bekommen? 2040? Wenn es gut läuft. Also, vielen Dank, Kirai. Also, es ist was sehr Besonderes, wenn Leute sich die Zeit nehmen und dann Arbeit für mich übernehmen und es auch noch so gut aussehen lassen. Also, würde ich mich freuen, wenn ihr, wenn ihr sowieso in den Kommentar schreiben wollt, dieses Mal auch ein Hashtag Danke, Kirai69X. Ich glaube, X, D vielleicht? Ich weiß nicht ganz, ich werde es in den Schreiben. In euren Kommentar packen könntet. Fände ich awesome. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao!